Ach guck mal, hier hat jemand angefangen Zaun zu bauen. Siehst du, hier wollte jemand sich zubauen. Siehst du das hier? Ehrlich? Ja, aber wie geht sowas? Ach guck mal, hier können wir trinken, theoretisch. Trinken, warte, warte, lass uns mal trinken. Oh, hier sind Handschellen. Krass. Ich trinke mal. Oh, fuck, ich wollte trinken eigentlich. Warte, ah, jetzt so. Voll trinken, ey. Kann ich damit auch meine Flasche auffüllen eigentlich, die ich dabei habe? Gute Frage, können wir probieren. Trink, trink, du. Kann ich auch trinken? Auf F einfach, ja, einfach auf F. Die Boys haben das Feuer entdeckt, ey. Ist so. Wie viel kann ich trinken und wo sehe ich, wie viel trinken ich habe? Wo ist meine Flasche? Boah, hat er meine Flasche geklaut, der Boy? Ich glaube es nicht. Was laberst du? Du hast nie eine Flasche gehabt, also. Klar habe ich eine Flasche gehabt. Boah, guck mal in meiner Aufnahme. Die ich gefunden habe, sagt er, ey. So, ah, ich kann auffüllen, tatsächlich. Ja, füll mal voll. Da kann man, äh, falls ich mal, falls ich dann auch durchkriege, kannst du mir aufgeben. Ich mache aber jetzt noch ein bisschen voll trinken. Bei es kam zum Beispiel, würdest du sehen, ob du 100% jetzt hast, weißt du so, oder wie viel du hast. Okay. So, Flasche voll. So, wäre gut, wenn wir sowas mit Essen hätten. Oh ja, Mann. Das ist ja gut, ey, so ein Brunnen. Ja, Mann, ne? Ich kann auch nicht voll saufen, so. Boah, krass mit dem Zaun. Ich glaube, die Typen sind nur kurz weg. Die kommen gleich bestimmt wieder. Meinst du? Weiß ich nicht, nein. Aber keine Ahnung. Hope nicht, ey. Verpackte, oh, hier ist Muni, nice. Für was? Weiß ich nicht. Oh, hier ist eine Stichschutzweste. Eine Kiste mit einem Punkt 380 ACP. Was ist ACP? ACP ist, glaube ich, auch so eine Pistole. So. Ich glaube, wenn wir diese Straße hier hochgehen, dann kommen wir nach Staroye. Ja, komm. Staroye. Staroye, Eddie. Leider mein Hunger, der ist schon ein bisschen crazy, ey. Ja, dann müssen wir irgendwas zu fressen finden, ey. Ich kann dir leider auch nichts geben. Ich habe ein rohes Hühnchen, aber ich habe einen Abfall, den könntest du dir gleich geben. Boah, das wäre nice. Hier, komm mal her. Ich sehe die ganze Zeit den Schwarz-Weiß. Liegt auf dem Boden, schön im Dreck. Echt? Achta. Danke. Boah, bitte. Kann man eigentlich auch Sachen direkt in die Hand geben, oder geht das nur so? Bestimmt. Ja, genau. Das ist hier hinten irgendwo die Pampo. Keine Ahnung, irgendwo weiter hier. Shit, hier. Ach, da bist du. Was ist das denn für ein uraltes Ding? Buh, boah. Ne, ich habe schon eine. Okay, lass mal zu Staroye. Ja. Weil ich glaube, hier wird auch alles gelootet sein. Also nicht alles. Klar, gut, wir finden ja auch hin und wieder was. Aber ich will mal in eine neue Stadt sehen. Wir sind eigentlich nur in Kimchi und Elektro gewesen. Jumjum-Kimchi? Ja. Beste Sorte, ey. Ja, die war echt gut. Ich hatte echt gut geschmeckt. Weil alle Türen sind offen, weißt du? Und da wird nur noch Grünjahr drin sein. Ja, nur das, was sich nicht gelohnt hat mitzunehmen, das liegt da noch, ne? Ja, so sieht es aus, ey. So sieht es aus, ey. Boah. Sollen wir ein bisschen singen? So im Pust-to-Talk. Ne, lass mal, ey. Dann halte ich uns Dreckt ab. Friendly. Bäh. Hello. Boah, bei mir ist immer noch alles schwarz-weiß. Ich hätte mich... Ich bin auch fast gestorben, ey. Fuck, ey. Ja, aber was soll man machen? Dann guck mal, ich glaube, hier... Ach, hier, guck mal, hier siehst du. Du kannst hier Baum fällen. Siehst du, hier guck mal. Ja, echt? Ja, und das Holz brauchst du ja für den Zaun bauen, aber... Ob wir uns ein Feuer machen können? Du hattest... Du hattest doch auch... Ja, gute Idee. Um uns irgendwie aufzuwärmen oder so. So, ich habe hier Holzstamm. Was kann ich damit machen? Holz verarbeiten. Oder Holzstamm verarbeiten. Zu was? Was mache ich eigentlich gerade hier? Ich meine, genau. Du bist ja irgendwas am Boden am rumfummeln. Ach so. Brennholz hast du gemacht, okay. Oh, guck mal hier, warte. Wie Feuerzeug oder so? Äh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe einen Gaskanister. Ich habe Streichhölzer tatsächlich. Warte. Wie kann ich das denn jetzt? Warte, ich mach mal auf. Man kann Brennholz aufnehmen. Ich nix check, was gerade hier, aber... So, jetzt nimm das mit und dann lass mal weiterlaufen. Nimm auch eins mit, wenn du kannst. Das kann man nochmal aufteilen. Was? Okay. Vielleicht kannst du es noch kleiner machen, dann können wir vielleicht... Oder es ist jetzt schon Brennholz, ne? Mal gucken, was ist, wenn ich da weitermache. Äh, okay. Kurzer Stock. Okay. Kannst du ja bestimmte Krücke dann bauen. Stimmt. Was ist, wenn wir das Ding hier zum Beispiel wegmachen? Obwohl das ein Baum fällen, scheiße, aber auch mal nicht. Okay. Die Crafting-Experten, ey. Auch für jeden, ey. Moment, ich muss mir mal eine Vitaminpille snacken. Na, gönn dir. Ich laufe in dieses Haus hier oben und gucke das mir mal an. Oh, ich habe eine Dosen-Spaghetti hier, boy. Gönn dir. Hier. Oh, nice. Ich bin nämlich kurz vorm Verhungern. Ja, komm, komm, komm. Du bist dein Haus schon? Ja, hier oben. Vielleicht essst du die nur zur Hälfte, weil ich habe auch... Ich meine, ist bei mir jetzt auch schon gelb. Ja. Oder es muss... Ich habe jetzt gerade wieder gemerkt, so... Ich dachte, warum kannst du so schnell laufen? Ich war die ganze Zeit wieder am Ducken. Wer, boy. Muss ich mal drauf aufpassen. Hier, gönn dir. Oh, nice. Vielleicht so zur Hälfte, damit ich auch ein bisschen was essen kann. Ja. Holzkiste. Was ist denn eine Holzkiste? Oh, eine Holzkiste ist ein dreistelliges Zahlenschloss. Okay. So, das mache ich mal mit dem Beil auf. Der Penner hat mich verarscht mit seinem Scheiß. Hier der eine da, der mich da mit mir spielen gespielt hatte. So ein Pilz, ey. Weißt du? Der hat mir einen Pilz gegeben, obwohl er giftig war. So ein Drecksack. Habe ich die Schuhe überhaupt hier? Nehme ich mal das hier. Okay, sage ich Bescheid. So. Ich gebe dir mal den Rest. So. Müsste hier irgendwo liegen. Ja, hab, hab. Ich muss auch gönnen. Ich gönnen. So, nice. Geh, steht für gönnen. Rein damit. Ist so. Rein, rein, rein. Ist bei dir dann gut essen? Oder brauchst du noch was? Bei mir ist gut. Ich habe drei Viertel. Okay, dann kann ich. Ich habe auch jetzt drei Viertel, sonst kann ich dir den Rest geben, obwohl es eh ist leer. Okay, komm, bitte. Das liegt in dir auf der Kiste. Ich habe jetzt auch drei Viertel, das ist gut. Okay. Ich habe auch schon reingeguckt, da war ein Zahlenschloss. Warte, wo ist die Straße? Ist so, wir sind hier von der Straße abgekommen. Also auf dem Ding hier, da sieht das so aus, als ob... Ah, da siehst du das. Da ist auch so eine gestrichelte Linie. Scheinbar ist sie... Ob wir da schon sind? Glaubst du das? Nee. Meinst du Stado hier? Nein, ich glaube nicht. Trainingsjacke. Aber es wäre interessant, wie wir so ein Lagerfeuer machen können. Lass mal weiter hochlaufen im Berg. Wo bist du? Ich sehe dich so schlecht, weil ich alles schwarz-weiß sehe. Äh, hier kommt es im Haus zurück. Achso, okay. Ähm, ja, den Berg weiter hochlaufen, oder wo sollen wir hin? Ich würde sagen, so wie die Straße geht, weiter hier auf. Ja, genau, hätte ich auch gesagt. Weil, du siehst ja, da sind so gestrichelte Linien. Vielleicht, auf der Map, vielleicht ist das irgendwie so... Mach keine Ahnung. Wer weiß. Checken wir einfach ab. Einfach, wo bist du so langsam? Hast du immer noch schwarz-weiß? Ja. Okay. Mein Blut, das füllt sich nur langsam auf. Das dauert richtig lange anscheinend, bis man wieder Blut hat. Guck mal, hier sind Holzkisten, ey. Okay, ganz viele, ja. Das ist aber nicht mehr Natur gemacht. Aber alle leer. Das ist, glaube ich, so, wenn du eine Base baust, weißt du, so, dann kannst du hier so Shit lagern. Wie so eine Basic-Kiste, weißt du, so. Ey, wieso wird die Sprintleiste immer kürzer? Weil du wahrscheinlich Leben und so verlierst und so den Scheiß. Du musst, glaube ich, dann komplett Leben mit so einem Verbandskasten hochheilen. Shit, willst du hier irgendwie so einen Wald, ey? Da oben ist ja irgendwas. Da war irgendwie so ein Wohnwagen oder sowas. Wo? Habe ich hier gesehen, durch die Büsche durch. Bist du noch bei mir, Ada? Okay, ja. Achso, du hast alles auf low, ne? Das siehst du besser, ne? Nein, habe ich nicht. Ich halte einfach nur die Augen offen. Jawohl, hast du hier deinen Trailer? Mach mal auf, hier. Du aus dem Trailerpark. Aber hier ist nichts drin. Da oben ist, glaube ich, noch irgendwas, habe ich gesehen. Auf meiner höchsten Grafikeinstellung. Ach, wie so ein Vogelfuckhaus. Das wäre geil, wenn es so ein Wasserbehälter wäre oder so. Wir sind, glaube ich, mitten im Wald jetzt so am Chillen. Naja, pass auf, ey, wir werden hier verhungern. Weil wir gleich gar nicht mehr wissen, wo wir sind. True, true. Aber du siehst mich noch, ne? Ja, okay. Jo. Vorgab von meinem schönen glänzenden Hintern. Pickel, mehr sehe ich nicht. Boah. Wir haben gleich den Berg hier überstanden, glaube ich. Baumfern. Ich will wissen, wie ich mein Blut auffüllen kann. Da ist so ein Pfeil nach oben so, also dass sich das auffüllt, aber ganz langsam. Ob ich mich dafür hinlegen muss oder so? Ich denke, du musst einfach nur fressen, trinken und sowas, ne? Das ist so wie in Real Life. Ja, also trinken und fressen ist bei mir voll. Okay, ja, vielleicht, ja. Ich meine. Oh, wo bist du, boah? Ich habe dich aus den Augen verloren. Oh, fuck. Wo bist du, boah? Warte. Wir sind hier wieder auf so einem Feldweg hier. Ja, 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 ja. Hier, ich komme. Sollen wir runterlaufen? Oder hoch? Ja, diese Frage ist jetzt, wo sind wir überhaupt wieder, ey? Mann. Lass mal hoch. Okay, komm. Weil runter geht dann, glaube ich, irgendwie zu sehr nach Kimchi, ey. Jo. Ah, war eine Ausdauer, ne? Ey, die so, welche Ausdauer? Tiny Base ist ganz oben links. Tiny Base? Tiny Base. Ach stimmt, Tiny Base. Ja, boah. Main Looting Area. Von ihm, ne? Oh, da vorne ist irgendwas, boah. Ich kann nicht so schnell laufen, boah. Du musst immer ein bisschen auf mich warten. Mhm. Okay. Gleich so. Ey, was macht denn unsere Base? Weg hier. Ah, da vorne bist du. Ja, ist so. Hier ist eine Waschmaschine. Was, was war das da? Also, Baumfelder oder so. Hier liegt... Ah, Eddie, komm mal her. Ich komme, ich bin hinter dir. Das ist für dich, ey. Das musst du anziehen, ey. Auf jeden, ey. Boah, jetzt hier an. Aber soll ich dafür echt meinen Helm wegtun? Ja, aber weiß ich nicht. Das ist Eddie-Hut, ey. Ist so, eigentlich. Eigentlich muss ich den schon nehmen, ne? Ja, eigentlich schon, ey. Das ist sonst, äh, ist das ein bisschen komisch. Warte, ich mache mal ein bisschen Item-Management. Ach, guck mal da. Er zeigt gerade an, wo wir hier sind. Ja, wir sind schon, glaube ich, wir sind, glaube ich, jetzt hier bei Staroye. Ich glaube, das ist hier Staroye. Echt? Warte mal. Okay, hier steht irgendwas. Staroye. 1,4 Kilometer. Ne, 2,4 noch nach da. Staroye. Aber dafür muss ich auch meine Skimaske wegtun. Ach. So riesig der Hut, oder was? Ja, hier, ich habe nämlich so eine Skimaske und darauf diesen Helm drauf an. Ach so. Ja, wie du willst, ne? Ah, wie mache ich das denn jetzt? Warte, ich tue mal den Helm kurz weg. Ich bin hier fest, ey. Guck mal, jetzt habe ich den Hut auf. Schwacher Puls, sagt er mir bei dir. Nice, ey. Das ist ideal. Passt doch. Ja, so sieht auch okay aus. Mein Puls ist echt schwach. Ich sehe auch die ganze Zeit nur schwarz-weiß. Ist so. Hier ist auch eine Karte. Vielleicht steht hier drauf, wo wir gerade sind. Ne, guck mal hier. Ah, hier ist ein roter Punkt. Hier ist ein roter Punkt, boy. Du musst hier gucken. Ja, genau. Guck mal hier. Hier steht das auch, wo ich bin. Staroye, 2,4 Kilometer nach links. Wir müssen noch weiter nach links. Wir sind so in einem, wir sind glaube ich beim M-Star, M-Star oder so gerade. Okay. Da, 2,4 Kilometer. Siehst du, Staroye, das zweite hier. Ach, und hier nach rechts geht nachs Kimchi. Mhm, genau. Und Tusta oder Pusta? Pusta. Kapusta. Ja, sollen wir dann weiter nach links laufen? Genau. Nach Staroye. Genau. Staroye. Ja, ja.